Möge das mal tun. Hat bisher nicht viel gebracht, aber... Ach, das ist schon... So, wollen wir mal Schluss machen, glaube ich. Zum Canyon? Nee, nicht zum Canyon. Zum Tal, bitte. Zum Tal. Ja, ich wusste doch, da steht einer. Nehmen wir das Wolfsfell, ja? Brauchst du eh nicht. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, ihnen sei Dank, nie hier blicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden. Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ja? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte. Einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen. Außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fällen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold an den Piraten für die Überfahrt gegeben. Alle hier. Nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Schon weggedrückt. Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Äh. Ja. Tschüss. Geschicks frei. Ich werde jetzt nicht alles ausprobieren, was es sonst noch so gab. Dann wächst mich doch im Arsch. Der hat ja gut... Gut eingelagert alles. Die Hörner gebe ich dann nachher noch Basta. Also heute nicht mehr. Aber wenn ich mal wieder zurück bin in Codines... Oh, Moment. Huch. Er hätte den Schattendorfer tot bekommen. Ich meine klar, die sind nicht so gefährlich wie die Orks. Aber... Lass sehen. Hallo? Was bist du denn? Ich denke mir, das sieht aus wie ein Scavenger. Aber macht komische Geräusche. Ich denke mir, das sieht aus wie ein Scavenger. Aber macht komische Geräusche. Und sie löst. Da geht's nach oben. Jetzt mal kurz... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Krank, krank, Niederbeudel. Äh, das kann sortieren funktioniert schon. Nein, das war nur ein Liederbeudel und zwei Tränke. Nicht zwei Liederbeudel und ein Tränke. Aber nichts zum jetzt trinken dabei. Okay. Leider nein. Leider ja. So ein stärkelos 50 Trank wäre doch toll. Das wäre wirklich toll. So, da unten geht's auch noch weiter. Da unten ist noch ein Feuer. Und der Sumpfer, der kann mich mal... Oh Gott, Trollfell. Ja, er lebt mich doch am Arsch. Ist ja richtig was los. Doppel-Achse. Da taucht! Hallo? Wie bist du Kusch? Es hackt so ein bisschen. Ich glaube, es hackt einen. Was denn das? Wegfindung ist so gut, dass ich hier hochkomme. Wie richtig mal programmiert wäre, das nicht passiert. Glaubst du aber? Meine Wegfindung? Puh. Hier komm rum, wo bist du hier? Ja, ein bisschen machen wir noch. Machen wir die sechs Stunden voll? Mal gucken. Mal gucken, ne? Wo geht's da hin? Das sieht auch aus, als ob da noch so ein Steintafel-Ding ist. Und da rechts ist das Grab. So sieht das aus, dass ich hier suche. Wirkt so ein bisschen. Könnte so sein. Sicher, wir wissen, dass ich das erste nicht da bin. Was machst du denn hier? Kommst zu unerwartet. Jetzt stirb doch einfach, du scheiß Schamane. Ich wollte eh erst die andere Richtung gehen. Da wo keine scheiß Orks sind, ey. Gute Orks. Moment, ich wollte noch was gucken. Natürlich ist das wieder eine kack Einhandwaffe. Was soll der Müll? Das Spiel hat viel zu viele Einhandwaffen. Hätte ich mal auf Einhandwaffen geskillt, dann hätte ich nur zwei Händer gefunden. Bin sicher, so funktioniert das Spiel. Es hat eine automatische Erkennung drin, was man gerade höher geskillt hat. Und wechsel dementsprechend variabel die Waffen, die man findet, aus. Da ist der Abgrund, den wir nicht springen wollen. Aber beim letzten Mal, als ich hier in den Abgrund gekommen bin, bin ich gestorben. War nicht so geil. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ne. Man kann auch nichts ausnehmen bei dir, weil ich es nicht gelernt habe. die hat scheiße aber noch immer nicht trifft natürlich ist da noch ein troll weil warum denn nicht richtig gott noch mehr haben ja warum wer hat sich gedacht hab hier jetzt mal dutzend warum hat ihn niemand aufgehalten jetzt sind da noch hin oder schwere astrottin sollte hier rumliegen wo geht es denn da noch hin das ist dann und keine gegner also müsste das schon mal gewesen sein ach ist das der canyon also ja da bin ich doch mit der grund warum ich noch nichts alles aufgesammelt habe da läuft mit dings verweich und ich dachte ich muss an die orks und junge stimme dass er auf der karte auf eingezahlen jetzt wo ich darüber nachdenke ja ja doch habe ich es mal wieder erfolgreich geschafft mich selbst zu verarschen sehr gut sehr gut exzellent möchte ich glatt sagen so habe ich irgendwie monster schrumpfen inzwischen mal nein glaube ich könnte es kaufen das ganze bild das ist nicht in ordnung geldausgebung gegner und ich glaube ich glaube es hakt aber gar nicht an mit so einem scheiß spring da doch hoch da wird es mich doch wieder verarschen ich werde schon wieder getrollt ich bin zum glück auch gar nicht viel zu laut dass man mich besser treffen kann aber sie sind nicht mehr ganz so schlimm im ersten teil da sind auch einfach nicht mehr so viele ich will da hoch da hoch sollst du hoch soll er leben hoch da jetzt so ist noch irgendwas hier gar nicht hoch wo gehst du da hoch leute das gefühl hier musste ich hin weiß auch nicht wo dieses gefühl her kommt auch stand da vielleicht stärker muss mal kurz wohin lesen wir gleich her kommen scheiß drauf hier wird gleich gelesen ich glaube ich gehe mir das nochmal heilen bevor ich hier irgendwas versuche mit heilen meine ich beim eremiten schlafen gehen wenn das hinhaut wenn das hinhaut weiß man aber nicht so genau wie das spiel gerade lust hat zu tun zu machen 94 94 stärke vielleicht investiere ich nachher tatsächlich nochmal ein 20er wobei es wahrscheinlich unterwegs nochmal steigen wird wenn ich 100 oder so erreiche hier sind meine 20er ich weiß nicht genau und ja wie es ist nach wie vor weil es halt klüger gewesen das die nicht alle gleich zu benutzen aber pfff Details womit denn ja ich will auch nicht womit was ist los heute nicht so ist ausgeruht geht es heiter weiter Level Up 5000 Erfahrungspunkte möglich aber dann müsste ich nochmal hier weg gehen und ah ne also müsste ich ja keinen Tag glaube ich komplett verlassen weil hier werde ich so ne ne bin ich glaube ich durch also ohne das Grab zu finden und ohne irgendwie massiv Aufwand zu betreiben die ganzen Orks und so zu killen gucken wir doch mal was richtig denn so an Orkern ohne ihn zu stumpfen ich glaube die Antwort ist nicht früh ich glaube die Antwort ist irgendwie so nicht so gut ich muss ja doch mal Munzer schlumpfen kaufen gehen ich hätte gehofft ich bekomme das irgendwann mal gratis aber wie sagt man wer betrifft mich da das glaubst du auch selbst nicht so groß ist der gar nicht dass er mich da treffen könnte Ast rein gecheatet was prangere ich an jetzt sei das prangere was mein Cheatschutz auf die Reihe bekommt dann geh ich halt noch eins höher du dummer Troll was machst du jetzt was machst du jetzt hab ich das mal irgendwann trainiert ja 22% ja ja wie kann ich das riesen Ding das direkt vor mir steht nicht treffen mit meiner Armst ähm dieses riesen Ding mal anvisieren muss ja auch nichts in Not ähm ok es ist grad schwierig kommst du noch raus oder ja natürlich jetzt verarsch du mich doch einfach nur noch spiel ah ja lass dich angesehen und töten danke bin ich so ganz sicher was ich hier tue und der Erfolg ist auch nur so mäßig da ja ich lass das einfach mal so stehen ja so passt dann schon ne ich geh einfach mal da rein und jetzt weiter hier draußen auf den Spaß ja ja aber wo haben wir diese Kiste hier noch öffnen im Moment kommst du raus jetzt kommst du ja natürlich raus und der Troll kommt wieder hier her das ist natürlich ne ungünstige Kombination da müssen wir hier rein in der Hoffnung dass der Troll hier nicht reinkommt und dann kommt von 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 they und von Vielen Dank.